es wird wieder zu teuer dieser tank sieht das geil aus ja leute das ist auch eine aufnahme für youtube silvester 2017 2018 hier auf cat con leute wir haben sehr viele leute hier naja nicht so viel bis zu zehn stück aber auf jeden fall geil alte und gleich kommen die schlussraketen noch weißt du was geil wäre wenn die das hier in ets ab 23 uhr so echtzeit machen und dann um 0 uhr hier so feuerwerk steigen zu lassen ja auch mit stern alter geil alter scheiße geiler scheiße ist das so gleich kommen die schlussraketen die werden auf jeden fall auch nice aber erst mal die standard raketen ich wollte eigentlich noch mehr holen aber ja sieht doch schon mal nice aus aber was ist das für die schlusspille geber weg bruder muss los aber 2018 war zwei 2017 war wohl nicht das letzte jahr obwohl man weiß es nicht okay gleich vorbei so und let's go die schlussraketen aktiviert um das ist geil Ich würde interessieren, wie lange ich noch fahren muss. Das ist nice, das ist nice, das ist nice. Noch mal so ein kleiner, noch mal so ein kleiner. Boom, ab hoch mit dir, Luzi. Ja, Mann, Alter, das gefällt mir. So, danke schön. Der Letzte schreibt wohl, Ende für heute. Danke, guten Rutsch. Und einen guten Rutsch euch allen. Danke. Geil, Alter. So, Leute, ja, das war es auf jeden Fall von dem Silvester-Video. Ich schaffe euch, hat es gefallen. Wenn ihr Lasten-Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.